Ich hoffe nicht, dass sie mich jetzt hier plattmacht. Holy moly. Das ist aber wirklich ein Krokodil, ne? Ich bin der Krokodil. Ich bin der Krokodil. Auch ich bin der Krokodil. Jlang der Krokodil. Ich mache das Naab-Gam. Ich habe das Taub-Gam. Ich habe das Pfeil geholfen. Und nicht immer dauer, ich habe einen Krokodil. Und dann immer wieder dauer. Na komm her Kommt der hier Danke So Ah ja Ist das hier so kompliziert mit dem Koko Sehr schön anhänglich So Oh Ist ja geil Nice Oh no Oh no Oh god Spezialattacke hier noch Oh Oh So Geil Oh ja Wie lange das dauert hier so ein paar Milpferdeplätze machen So Flusspferdversteck Ach das Oh ja Oberguru Da ist der Oberguru Okay wir bringen die erstmal zurück Komm Kommt sie jetzt Da müssen wir mit ihr kuscheln oder was Damit sie sich bewegt Mal schönartig umdrehen Die dreht sich auch noch echt um Haha 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 Das ist der Oberguru Das ist der Oberguru Und das ist der Oberguru Ich bin der Oberguru Also doch kühlen. Okay. Mhm. So, ich will aber erstmal kurz, bevor ich mich mit ihr unterhalte, erstmal hier nochmal das machen, schnell. Ich will diese beiden Orte da machen noch. Dann habe ich die Gegend nämlich abgeschlossen. Okay, bis auf den Elefanten. Ich weiß, aber. Ich will jetzt erstmal schnell hier das. Okay, ich werde da platt machen. Naja, du mich auch. So. Entry here. So. Geht da nochmal schnell hin. Dann die Sachen. Und dann gab es ja noch diese beiden, ne? Und dann habe ich wirklich alles erledigt, ne? Ja. Außer ihnen dann noch. Ach, da habe ich auch noch drei. Ach du Nase. Ich hätte die Gegend mal gleich machen sollen damals. Damals, wo ich hier gewesen bin, hätte ich das alles gleich machen sollen. Das sieht jetzt aber auch so ein bisschen wie Black Flag aus, ne? Hier mit dem Schiff. Hier mit dem Schiff. Hier mit dem Schiff. Hier mit dem Schiff. so einmal einen schatz plündern schiffstag auch erledigt so und jetzt haben wir hier oben haben wir immer noch was ich bringe ihn später zurück da muss man da hin ist der typ da gerade mit pfeil und bogen auf mich drüßt oh ne noch mehr flusspferde du hast halt dein Boot wieder so so feierabend feierabend wo ist denn das was ich suche was hab ich mir gedacht eh alles hier unterirdisch so so der schatterteich das ist erledigt dann haben wir jetzt hier alles ne also jetzt muss ich hier so ziemlich alles haben ne außer die drei sachen da ja okay genau einmal nach der da muss ich das fällt zu ja mach mal nebenbei odyssey anmachen ne Ist doch nicht schlecht. So, was haben wir denn hier? Leironapiarium. Was soll ich da runterlaufen, wenn ich da hin muss wegen dem Schatz? Was soll ich da runterlaufen, wenn ich da hin muss, wenn ich da hin muss? Ich habe den Typen, das ist ein viel Lacke, ne? Plattgebracht. Mit Pfeil und Bogen. Das war hebelsohn. Ist ja nice. So, jetzt müssen wir immer noch hier diesen Schatz plündern. So, dann habe ich den viel Lacke platt gemacht. Ich überlege, meine ersten viel Lacke-Campere, ne? Mittlerweile ist das, ich will nicht sagen, total einfach, aber das war gefühlt der Erste, wo ich sagen kann, das war richtig einfach. Ach, die haben doch einen eigenen Schatz da unten. Okay. Alter, ich habe Kettenwurf gemacht hier. Aber das ist das, was, auch das Beste, was ich machen konnte. Hier stimmt was nicht. Ich habe nämlich, äh, ich greife die immer an, wenn ich so drei, äh, ich sage eher vier, fünf, sechs Stufen höher bin als die Filaki. Dann habe ich nämlich meine Ruhe. So. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir hier alles gehabt. Jetzt haben wir nur noch diesen Ort hier, ne? Und dann haben wir den da noch. Junge, Junge, was muss ich hier noch alles machen? Ich überlege gerade, warum ich das damals nicht gemacht habe. Also, wo ich hier war, in der ganzen Region. Das, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. So, Krokodilsnest. Natürlich. King Kong, da. So. Haben wir Licht. Achso, wir müssen in die andere Richtung, ne? Oh. weil das auf der xbox glaube ich keine 60 fps sind davon damals die 60 fps doch warte mal hat odyssey oder war es nur origins 60 fps fix für die konsolen bekommen ich überlege gerade origins ja dann müsste das eigentlich auch auf 60 fps laufen wieso kommst du nicht auf 60 ok die bude kenne ich noch nicht oder warum aber odyssey glaube ich auch odyssey hat das glaube ich auch bekommen auf der konsole das ist ja das große problem mit wie der neid versteckt dieser ort wird schwer bewacht also die ging das auf jeden fall cool wegen ach sag schon wegen probadile und neil pferde auch 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 nicht bei den göttern bist du verrückt ja auch es ist in der die 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 Der hat mir jemals noch nicht. Geil, jetzt kommt er, jetzt kriegt er was auf die Lust. Oh, wir nehmen das Feuer. Weh, noch was? Nein, da. Oh, hier, wo noch was. Oh. Gott. Ja. Wenn du schon so fragst. Jetzt können wir hier abhauen. Hier ist ja nichts mehr für uns. So, den nächsten Ort abgeschlossen hier. Auf der Karte. Genau. So, jetzt habe ich aber wirklich alles bis hier drüben. Das römische Jumbo-Lager. Und dann habe ich jetzt nur noch die Geschichte hier unten. Oh Gott. Äh. Auf dahin. Ich habe irgendwie der Meinung, dass ich hier schon irgendwie war. Aber scheinbar doch nicht. Strange, strange, strange. So, da mal schnell hochkauen. Dann gucken wir uns am gleichen Abend. Oh, hier war noch hier so eine schöne Figur. Die Statue hier, die von Polymeros da, die wir platt machen können. Die Bi. Die Dosen. Ja. Was ist das? Okay. Ah, den ist hier auch gleich erledigt. So. Und jetzt? Ach so, hier haben wir noch ein Schiff. Gebt den Weg frei! Äh, ja. Da müssen wir hin. Da muss ich mal hin, Schnelle. Und dann kann ich dieses komische Lager auseinandernehmen. Hallo? Alter, sag mal. Aha, danke. Geht doch. Unglaublich. Unglaublich. Unglaublich.